exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren im vorliegenden fall ging es um einen antrag auf patent erteilung für ein software produkt das bestimmte technische lösungen zum datenmanagement bot die beschwerde gegnerin hatte die patentfähigkeit mit der begründung angefochten dass es sich bei der erfindung um eine bloße idee ohne technische umsetzung handle der bgh beurteilte hierbei dass alleine die digitale natur einer erfindung nicht ausreiche um deren patentierbarkeit auszuschließen solange sie eine technisierte lösung bietet die über den stand der technik hinausgeht in der urteilsbegründung wurde ausgeführt dass der begriff technische lehre für die beurteilung der patent fähigkeit entscheidend sei die richter machten deutlich dass es auf eine konkret technische problemlösung ankomme die durch das software produkt verwirklicht werde diese sichtweise könnte mögliche neue entwicklungen im bereich der software technik fördern und für unternehmen die tür zu innovativen patenten öffnen ein weiterer zentraler punkt der entscheidung war die abgrenzung zwischen allgemeinen konzepten und konkreten technischen anwendungen die richter hoben hervor dass eine rein abstrakte idee ohne konkret technische ausgestaltung nicht unter den patent schutz falle dies verdeutlicht einmal mehr die notwendigkeit dass software erfindungen klar und präzise ausgearbeitet sein müssen um den strengen anforderungen des patentrechts zu genügen die entscheidung könnte dazu führen dass entwickler und unternehmen ihre innovationen stärker im hinblick auf die anforderungen des patentrechts gestalten die gerichtliche auslegung der erfindungshöhe wurde ebenfalls thematisiert der bgh führte aus dass ein ausreichender erfinderischer schritt notwendig sei um das patent zu rechtfertigen das gericht betonte dass grobe ausführungen und trivial erscheinende lösungen nicht ausreichen um die nötige innovationshöhe zu erreichen diese klarstellung könnte insbesondere für kleine unternehmen von bedeutung sein die oft mit den herausforderungen der patentierung konfrontiert sind die entscheidung des bgh könnte auch internationale konsequenzen haben da sie eine gewisse orientierung für andere juristik tionen bietet in denen ähnliche fragen zur patentierbarkeit von software aufgeworfen werden die deutschsprachige rechtsprechung gilt oft als wegweisend und wird in vielen anderen ländern aufmerksam verfolgt dieses urteil ist ein weiteres beispiel für die laufende auseinandersetzung zwischen neuesten technologien und den bestehenden rechtlichen rahmenbedingungen die entscheidung hat das potenzial die innovationslandschaft nachhaltig zu beeinflussen und könnte dafür sorgen dass unternehmen neue wege finden um ihre technologischen entwicklungen rechtlich abzusichern der bgh hat mit dieser entscheidung klare linien für die künftige patentanmeldung im bereich der software technologie gezogen die sich sowohl positiv als auch negativ auf die entwicklung neuer ideen auswirken könnten verfasst von anita farke mittwoch 31 julie 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen